das klingt eher wie hitler na wir nehmen also achso wir müssen die auch erst mal aufklären also wir haben schon mal ein let's play versucht aber das problem war die tonspur war kaputt deshalb hier jetzt der zweite versuch und wir haben aus dem ersten versuch gelernt eine schaluppe ist scheiße viel zu klein das kack ding deshalb nehmen wir jetzt ne krasi wie heißt das google lohn eine gurke ok auf geht's willkommen bei sie oft hiebs hast du fragen oder anmerkungen zu unserem shared world blablabla so ist jetzt eine gallone gall galleone hallo alter da kommen irgendwelche menschen zu uns lebrix wer ist lebrix wie siehst du aus alter gehen mal beine trainieren farig bang oder was tanja kommt dann ja wir reden mal krug auffüllen das ist doch gut füll meinen krug auf nach austrinken wie trinke ich die scheiße aus ist das mein krug ist das mein krug nein das ist nicht mein krug nein warte mal mehr hier ich hab'n krug ne was ist das denn was ist das denn was ist das klingt ja furchtbar ja geh mal auf dein inventar und dann auf auch hier ist mein krug erst mal was saufen ohhhh ey guck mal noch was tanja her damit alter holy shit du hast ne ziharmonika alter cressy cressy besauf dich mit mir das ist die hölle jo wir kommen ins spiel ne und das erste was wir machen ist erstmal besaufen alter die glocke entfernt sich ich mach nicht mal was ich drück doch gar nichts ja ich kann nicht ich drück nicht mal was wieso komm ich denn tanja 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 ja krug auffüllen danke ich bin im feuer nein kann nicht sein ich bin am trinken oh ich höre mich ich glaube ich kotze in mein getränk oh oh scheiße oh scheiße ich kotze ganze tanja ja gib mir noch ein ah nein nein nicht nicht tanja töten ich bin immer noch am ryan ich kann mein bier nicht nachfüllen weil tanja irgendwie so ein zu fett ist und so eine gravitationskraft hat dass ich nicht an die rankomme so danke du hast mich zugekotzt bist du eklig alter was ist mit dir ganze bildschirm voll schmatter ich sehe ja nichts du hast mir in die fresse gekotzt tanja du hast mir schon wieder in die fresse gekotzt egal ich mich stört das gar nicht auch wenn ich das auge voll mit kotze zu habe hauptsache erstmal bier trinken boah ich hab dann hier voll gekotzt warte lass mal das feuer aus kotzen komm wir kotzen das feuer aus du hast mir schon wieder auf den kopf gekotzt hey sieht man das oder was ja hier warte mal ich tanja gib mir mal bier so bleib mal vor mir stehen bleib mal vor mir stehen sieht aus wie rotze ich hab's schon abbekommen das ist ja voll eklig so jetzt sind wir gut getankt ab auf unsere galoppe oh oh alter wie komm ich denn hier raus oh alter ich bin zu dumm aus diesem scheiß laden raus zu gehen das gibt es doch nicht ah ich bin draußen oh oh alter alter ich kotze immer noch wie viel hab ich denn getrunken alter die welt bewegt sich voll cool ich kotze mal dem händler in seinen handel hallo ich hätte gern ich hätte gern äh tschüss hallo vielleicht der richtige Fettsack alter was gibt's hier so schönes guck mal hier können wir rund warte mal hier konnte ich was machen oh oh wo ist denn unser random grad eben stand hier dass wir ein random haben lass mal ohne den lossegeln ach du scheiße kann ich über die seile kann ich über die seile balancieren warte mal nein ouch guck mal guck mal einen schönen körper jo ne du kommst hier nicht mehr hoch nö zu unten bleiben hä what the fuck anker einholen wo ist denn der hier das hier oder nicht hier ja alter das dauert ja ewig auch nicht gerade besser auch nicht gerade besser ja guck mal deshalb sollst du beine trainieren lappen schiff voraus ähm cross die schiff geh an die kanonen wo und lad die kanonen direkt vor uns hä ist es ist es weg oder was gerade eben war es noch da ja da ist es wo äh steuerbord oder backbord ich weiß nicht was das was was ist dann rammen wir die jetzt hä wieso sind unsere segel weg gibt volle segel ja jetzt jetzt let's go hä jetzt sind meine wieder oben schoß ja ich hab keine Munition mehr die mittleren segel die müssen wir auch noch hier alter wie viele segel gibt's denn hier ich glaub die greifen uns an scheiße what the fuck haha der hat keine aim die die ne haus crushy wir haben doch irgendwo diese kanonen lager guck mal unter deck da dürften so rote fässer sein da drin sind kanonen ja oh fuck ne ja 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 sollen wir uns verpissen weg hier easy easy komm 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 hast du holz komm kurz runter ich hab kein alter fuckys ganzer keller pool ne ja mit eimer schnell immer raus eimern ja dann reparier du das ich hab kein holz oder so was denn jetzt hä hä reparier das scheiß ding ich hab kein holz oder sowas wie repariere ich die kacke ich geh tauchen einmal du raus ich hab kein holz ne ey hier sind voll viele löcher crusty ja das seh hast du vergessen unser schiff ist jetzt schon im marsch ne wir müssen das zu zweit einfach raus holen ey das schaffen wir nicht wie repariiert meine kacke denn ich hab keine ahnung ich setz jetzt mal volles segel ich setz jetzt mal volles segel und wir hoffen einfach dass wir auf ne insel treffen wo wir holz finden ok die verfolgen uns übrigens immer noch holz ja lustig lass uns einfach das irgendwie hier keine ahnung Digga unser Keller ist so Keller äh den ersten Stock hab ich wieder frei du kannst das glaube ich auch aus Fenstern rausschmeißen gibt's hier Fenster? ne rasa AG AHHHHõAH AHHHHHHHHHH AÆHHHHHHHHH Jaaa Sicher ich hab ihn Tschüss! Happy now! Happy now! Oh, holy shit! Oh, holy... Shit! Was? Krusty! Krusty, ich bin hier oben! In so einem Arm! Hilfe! Holy shit, goodbye! Alter, wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Ich bin im Magen! Ey, unser Schiff geht unter. WTF, ich meine, du brauchst da noch viel Wasser, ich bin droht, Digga. Unser Schiff geht unter.